Jetzt! Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Pokémon Randomizer Prologue mit mir und meinem Gastkapitalo-Menschwandy. Sagt, ach hallo, grüß meine Zuschauer. Das sind nämlich alles meine und die Steine. So, die gibt mir das in Trang oder so, oder? Ähm, nein, doch nicht. Spießer. So, und... Ich hätte Flitzer bekommen können, aber nein, so scheiße, Ruby! Ach, Mann! Alter, ich habe sogar so vieles Medietches später richtig gut wird, aber im Moment ist es einfach scheiße. Alter, da meinten die Steine ist einfach OPS-Fakt. Alter, es hat die Kamera! Ich bin auch in der Sammeldung-Kamera! Oh, Mann! Nur Meta und so. Ja, es hat immer einen Wunschtraum, also man kann schon in der Republish spielen, aber genießen ist cool. Gerade in einem Aslo. Auch nicht so schnell ein Pokémon wie Joachion. So, Podslam. Was war das? Wow, einfach noch mal. Was war Hatsbang? Äh, der Tage kenne ich gar nicht. Ach so, okay. Wenn es nur die zwei Tage kann, dann bin ich davor, dass es Jirubi habe. Ich glaube, es hat eigentlich zuerst angegriffen. Ich verstehe, ich verstehe das nicht. Moment war, war diese... Ähm... Ich hab's auch mal in den Schwerfen. Ich hab's auch mal in den Schwerfen. Das Enteron macht mich fertig. Ja, Enteron sagt eh. Ich muss rauswechseln. Also, wie wär's mit flüchten? Und Offspring-Training machen, das ist dann keiner mit einer Pokémon-Scherbe. Oder so. Haha. Haha. Bin das Trainer eigentlich hochgeladen? Nee, die werden uns schon vertrauen. Alter, gehen wir abendspunkte. Alter, bin einfach auf Level 9. Dann ... was da los? Oh Mann, Piss auf, ist so cool! Oder auch irgendetwas? Wie kommt es los? Also, was für ein Kl וה much. Genau. sellsch Nein! Ich so! Oh. glaube ich sollte Marcel ein bisschen mehr wählen. Sonst steht denn hier, ich werde nicht wissen, dass man im Sinnfeil steht. Da ist er doch, weil ist er doch zum Anbeißen. Ich trainiert es zu, die auf Level 7, weil... So, James auf Level 10, top-chain, aber... Der Flash Cannon ist klar! Flash Cannon ist klar! Wow! Genial! Äh, ja. Ich hab' verstanden. Ich hab' Flash Cannon, ähm, oh mein Gott. So. Ja, genau! Äh, es muss das Enter und mit Giftspritzen. Giftspitzen, heißt das nicht Giftspritzen. So, erst mal Marcel, sonst stirbt ja hier noch. So, ähm. Weiß. Jetzt bei Level 6. Und hier kommt Alter Jordan, okay. Alter, Level 8, lass uns in der Tocke. Einfach mal Levelloser. Ich sag' dir Marcel wird jetzt sterben. Das Jordan ist auf Level 4 und Marcel ist auf Level 2. Ich muss gleich kurz nachschauen. Oh mein Gott, das 4 wird nicht so, dass die Ausgaben zu cover. Das B ist auf Ups. Was? Okay, okay. Was macht'n die? Flag-Enderung, Bitches? So frech. Im Fall, ähm, ich glaube Z ist B. Z ist B, okay. 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 Das fände ich schon mal gut zu wissen. Ich hätte übrigens auch einen Fassersnob bekommen können. Alter, Fassersnob ist okay. Fassersnob ist cool. Das ist aber leider weiblich, das ist hässlich. Gar nicht, das ist cool. Obwohl ich gerade die Vermutung habe, dass Jordan gar keine Offensivmoves kann. Dann hab' ich doch lieber irgendwie die Kirsche. Hab' ich meinen Sinn verletzt ihn anbeißen. Assurance, oh nein, es hat doch, es hat Gewissheit, okay. Wow, 2 KP Schaden. Obwohl ich Minus der Fesen hab, wow. Ich hab' das Gefühl, Shane wird so schnell nicht sterben. So, und ich sag' ja, ich sag' jetzt, Shane wird so schnell nicht sterben in der nächsten Folge, oder am besten noch in der wird Shane dann sterben. Ja, genau. Das wird mir wahrscheinlich passieren. Dann bringen wir das das Zitat rein, weil ich... Ja! Wenn wir dann so ein Best of Let's Play Together machen, was wir auf jeden Fall machen werden, dazu werde ich dann Joel swing, dann wird das auf jeden Fall reinkommen, wenn mir das dann wegstirbt. Wieso leiblich eigentlich? Ich kann das eigentlich Offscreen machen, aber das ist so lustig. Ich kann jetzt sprinten, weil ich Z gedrückt haben kann. Alter männliches Fassersnob, da seht ihr's, das ist viel schöner. Das hat so schönen Hals-Kopf-Schmuck. Okay. Voll. Ja. Das ist toll. Schon recht schön. Alter OP, Gewissheit OP, 2 KP Schaden. Ein Fessler, oh wow, richtig gut ohne Horto. So, wie so ein Fessler OP. So, Alter One-Nit, easy, Shane OP. Das Fassersnob-Kantum-Kick. Wow. 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 Okay. Ich hatte gerade einen kurzen Herzenfakt, da habe ich gemerkt, oh mein, ich bin Typ Psycho. Das ist ja gut. Das Einzige, was noch Alter, ich sag dir, es werden mindestens zwei Pokémon durch Explosion K.O. gehen. Ja, Alter. 2. Ich bin jetzt bei Alter. Nur 2. Alter, dieser Alter, ey, der mag gar nicht, ey. Alter. In dieser Generation sind ja doch Volltreffer immer noch mal 2. Ja, die machen doppelt so viel KP Schaden. Oh, hier ist doch. Ähm, your Cherubi is a fine looking Pokémon natürlich. Das ist zum Anbeißen. Haha, ich werde den Witz jetzt so offen bringen. But you're not exactly the season trainer yet. In each, I'll train your little. Follow me. Nein, follow me. Ich will nicht, dass du Spotlight einst. Spotlight ist nur ein Double-Zu. Ich bin hier keine Double-Zu. Wir sind hier nicht im Bitchesie, mein Junge. So, äh, ich werde jetzt meine Pokémon ein. Nice Level 8. Bitte Turm-Kick, bitte. Alter, bitte Explosion, danke. Feuerodem, oh wow. Weißt du, was extrem lustig gewesen wäre? Wenn dein Pokémon, also dein Starter einfach nur Explosionen und Memento Mori gehabt hätte. Das wäre lustig gewesen. Wow. Das wäre extrem lustig gewesen. Ich hätte dich ausgelacht. Das wäre frech. Aber warte mal, ich speich jetzt einfach mal. Ich hätte mitgelacht. Warte, ist es? Ja. Ich werde jetzt mal safen. Einfach weil es kann, weil ich Swag habe. Bitte like to save the game, yes. I would like, Alter, ich bin schon 23 Minuten. Sexy. Don't turn off the power. Ach ja, in schwarz, zwei, weiß, zwei dauert das dann zu ewig. So. Ja, ist so. Bad, weif ich save the game. Sexy. Was ist doch mit Katapult? Easy. Wow, okay. Krieg'n Crit, danke. Oh, that's right. Bad, weif ich. Are your, are your Pokémon well? Your Pokémon are always doing the best for you. The trainer. So, you must all of us. We can't do them. Ja, ich weiß. Ah, it's just a little power. Ich habe wieder das Gefühl, dass du bei den Trainer kämpfen bist. Ich, ich, nein, ich bin kurz davor. Ich bin jetzt, ich bin jetzt bei Alda und Stoke, den Love Team nach. Bekommt man hier irgendwo in den Häusern Items? Keine Ahnung, ich habe doch keinen Bock nachzugucken. Hechtet Speedrun und so. Die Items, die man bekommt, sind eh so unnötig. Also zumindest die, die wir hier bekommen. So. Ähm. Ja, hoffentlich. Alter, Enteron hat vorliegen. Ja, ja. Klar, Alter. Wie die einfach immer so viele labern. Er hat gesagt, Level 8. Cool. Ich trainiere jetzt mal weiter auf Level 8 und dann ziehen. Wie weiß ich? Ich habe meine Pokémon einfach schon, warte mal. Es, äh, nicht escape, sondern Y. Moment. Fuck, 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 fuck. Ich muss jetzt erstmal warten. Alter, Steuerung, please. So, also Marcel ist auf Level 5, Jane ist auf Level 10. Ich glaube, ich sollte Marcel noch ein bisschen levelen. Aber ich weiß nicht, ob so gut ist, wenn ich zwei Pflanzen-Pokémon als Pros habe. Nee, das ist garantiert nicht. Ja, klappt auch nicht. Vor allem, weil es so viele Schwächen gibt. Dagegen kannst du nichts machen. Das ist es. Aber gut, Shaman OP, Shaman Clare. Ich finde, ich kenne den Flame Charge, bitte. Okay, ähm. Kreeks? Schon die Wiese? Achso. Ich habe noch keinen einzigen Fred, ich bin cool. So. You guys, you guys, you're ugly monster fighter looking into his eyes, don't you think. Was? Das hat mir wahrscheinlich jeder mit den Ohren wehgetan. Aber gut. So. Youngster Jim. Hast du dir selbst in den Ohren wehgetan? Nein, das hat es wahrscheinlich allen, die sich das jetzt anhören. Ja! Was? Change verloren. Change verloren. Gegen hat Crowdern. Warum? Crowdern. Gegen was? Crowdern. Was? Ja, genau. Oh Mann, was mache ich jetzt? Ich, 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 ich wechsle jetzt in Chain, weil Chain can do this und so. Oh mein Gott. Shit. Aber, aber, dein Flame Charge sollte noch einigermaßen Schaden machen. Bitte keine Feuer attacken. Bitte keine Feuer attacken. Alter. Alter, Chain Tank. Das macht einfach 10 KP. Wow. Game Charge, bitte danke. Bitte to hit. Bitte to hit. Wow, das war einfach fast ein Horn geholt. Chain open. Alter, echt? Jaaaa. Wir hatten mich nicht mal mit dem Knit rausgenommen. Alter, ich bin so voll, dass ich Chain habe. Chain can do this. Oh mein Gott, Chain, ich liebe dich! Chain weiter. Ein Medici kann jetzt, ähm... So, Crowdern geklatscht. Easy. Geträgt. So. Das ist jetzt sowas mit Level Up, wenn was wir geben. Oh, ja sowas von. So. Ähm. Heiß. Oh, aber nur eins. Schade. Ich kenne den Legenden. So. Und weil ich meine Tränke nicht verspenden will, renne ich jetzt einfach zurück zum Pokémon Center. So. Ich bin eh viel weiter als Joel, also von daher. Was? Ich das? Ja, also ich habe jetzt schon meinen ersten Trainerkampf gemacht. Meine Güte. Das heißt, du bist ein Trainer weiter? Ja, komm rein. So. So. Und ich dachte gerade schon die Chance sei verloren, dann kommt es einfach mal mit Feuertag. Aber... Alter, Shane, ich hätte so gelacht und das jetzt in die Hitzewelle angesetzt. Du Scheiße. Eruption. Eruption. Einfach alles weg. Ah, das war das nicht gewesen. Aber gut. Chain klärt das. Hashtag Chain can do this. Alles mal bitte diesen Hashtag in das Ding und auf Twitter. Oder was? Ja. Faser-Stop mit Rambods. Wow. Okay. Ich kann jetzt schon mein nächstes Rundenkuchen anfangen. Gibst du mir eigentlich schon dran? Finde ich schon ziemlich sexy. Ähm... Nein, schade. Die? Ähm... Setz. Ach so, die. So, ich muss noch gegen die hier kämpfen. So. Hey, you can see my cute Pokémon! Take a look! Okay. Ein cutees Pokémon. Ich denke, es ist ein Ampli-B. Oh mein Gott, wenn die Filibe hat. Ähm... Senju, okay. Senju, okay. Senju, okay. Das kann man selber sogar machen. Heißt. Heißt. Ich hab mal die Worte, ja. Und ich tu's. One hit please, okay. Die ganzen Entons immer wieder. Alter, erstmal one hit, kein. Die ganzen Entons immer wieder. die ihre Wolken 7 aktivieren. Alter Preußen-Chef! Alter geil! Und? Lebt es noch? So, also das Senju ist tot. Und wie das tot? War one hit. Aber Marcel ist halt okay. Paralyze Heiler finde ich so ein sexy. Ey, ich kann jetzt mein nächstes Kuchen-Tocken machen, oder? Geh ich davon, oder? Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht so weit. Ich bin immer auf Level. Alter, dann. 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 Ich hab' das machen, wenn wir Fleisch aus Spül machen, denke ich. Ja, das weit ich weiß. Ich weiß. Was wäre sein? Alter, einfach. Das ist einfach ein Typ. Der heißt, Jänner, okay. Und hat Feraligate, klar! Feraligate, in die sie das für Leute, wie Trieb von der Einladung halt einfach hoch ich habe es jetzt einfach ein es gibt es doch auch nicht das hat Fokus kommt so an sich er wurde von der Füße der Stärke und wenn man nicht gerade sie sind ein Fremdrecht sie kann in der Nacht in der Nacht die Rakete eine Verwehrung der Verwehr und der kritik aber keine frage ist noch nicht kommt akkatschern dem schraus halt auch gehalten aber dass die kugel dass einer freunde gelder putzen ja du hast recht keine probleme zu 2 pflanzen ein einziges der dass die schon klar ich auch nicht ja klar ich kann jetzt noch mal zurück und heile marcel einfach ist mir ein zwang bitte 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 er hat etwas liegt hier nicht mal ein trank cool fast noch nicht ja ja es müsste mit dem tipp zu machen weil ich ganz wenn meine tränke nicht verschwenden will ich nicht will dass man ein paar stirb so ich habe da springt ein sechs meter die klippen drogen zu war ja natürlich das ist voll logisch ich dachte da oben kommen die ersten trainer kämpfen anscheinend ist eben okay und der labert wieder damit die ganze zeit rufs bieten wir erleben ja nicht den text vor weil jeder die story von weiß zwei schwarze erkennen sollte das ist der großteil man muss es ja nicht zwangsweise kennen er wartet irgendwo und ich habe keine ahnung welchen du musst zu meinem haus irgendwo ob sie schuld sind also ich weiß nicht den hasen zeigen soll ich will meinen roten poken und es wird einfach tor kohlen naja ich denke ich geht einfach mal folgen schäfft das worin ist sonst der scheiß aber es bekommt erster erster trainer kampf okay so lange du keine taten gut hat das alles in ordnung aber ich habe schluck das ich habe einfach zwei punkten gefangen hat für beide weiß nur ein pokéball gepackt bin schon okay so wie nenne ich dich jetzt ja ich werde natürlich auch ein spitznamen geben ich nenne dich jetzt ich mache das ist einfach nicht ja hallo aber aber ich weiß schon wer das wäre das werde welche art und das ist aber keine einfach folgen kapie halten dann kann man nicht sterben was ich sehe schon dem konto warte mal aber die sache ist wie will wie will ich allen jetzt trainieren wenn ich kann auch kein partner für adam habe und das ist halt das erfährt da muss ich noch warten ja irgendwie schon ich das einfach alles klingt so jetzt wirklich aber gerne was alles kann wo man so stark für bc ist klar also sammeln und ich habe keine ahnung was bestellbar das ist was neutral ist glaube ich und okay okay damit kann ich leben damit kann ich arbeiten auf jeden fall es gerade den drakometeor von karadonis verpasst der tag um nicht auf den radonis op es hat es hat vier kp schaden gemacht by the way karadonis hat mit 30 spitz spezial okay also erst mal ein spezielles karadonis spielen so ist ich weiß jetzt einfach noch so lange auf weit ist einfach noch auf dich bist du fertig bist du ich bin schon ziemlich weit ich mache ich werde jetzt einfach trainieren bist du soweit ist nicht oder so ja ich habe ja vorhin trainiert ist schon moment ich kann dann ich bin schon mal 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 ein bisschen zu beidem sein wie aus dem was er noch nie ein zu tun so wie geht es da um und es gibt einfach nur neun Träscher Fangspunkte schämlich sein oder was dann auf der Zeit was schon ein wenig Leveln bevor ich mein nächstes Pokémon fangen ist irgendwie eher eine schlechte Idee fällt mir jetzt gerade auf also kommt drauf an was du levelst guten Pokémon ist ich hab zur Ruhe als roten Pokémon und ich kann es nicht sprechen Alter Emolga mit Tragomedia OP bitte kein One-Nit Alter wir sind Switch-Out predicted das hat sie gerade Verfolgung eingesetzt Verfolgung ist richtig wissend was los bitte stirbt nicht warte ich hab grad einen Emolga gesehen das in Agomedia Emolga So, zur Ruhe so, zur Ruhe ich fände es noch einmal zurück zum Dings Weißt du kann ein extra zu geistig zu heilt dann fange ich mein nächstes Grund und wir werden das war dann satt ich hab's nicht weitergehen so ich hab's getötet ich hab's getötet ich hab's getötet ich hab's getötet er hätte es so machen sollen die ich bei marcel einfach ein poko ball werfen auf gut glück aber so viel glück ich habe sonst nie so viel glück ich muss mal also die vorliegenden so ein bisschen kommt so keine ahnung so ich fange es mein nächstes guten kopfmann das kann ich auch mal irgendwie schon mache ich man muss eigentlich sogar zum dowsing hof kleine info ich bin jetzt am dowsing hofen und ich will mal so ein wackelndes gras haben dann geht es zu diesem zeitpunkt vom spiel überhaupt schon ich glaube nicht okay es gibt es dann glaube ich erst vorgestellt okay aber das geht schon Prozent ja auch nicht ganz wichtig wollen schärfen die ständige als Papier das hat man praktisch ähnlich das kann man wohl nicht ich jetzt kommt es um und auch die Karten mit dem entgegenkirchen äh ich gehe jetzt mal die Worte reichern die Begründung kommen nicht was steht und mich für ein Koppel ich bin der beste Fall ich habe einen Rundfunk und es gehe ich auch nur noch ja ich auch die Mörde vorliegen zur Ruhe man auch hier ist ja heute das nicht so unbedingt haben aber ich sag dir das Minkys Bänden umziehen alter wie sie haben nur diese auch mein gott ich sagte wenn ich ein pp bekommen und zwar hau das zu fangen ich springe von einem dort runter ich springe einfach von der nächsten brücke runter so die menke kann vier taktner für eins nur ein ich weiß nicht ich habe mich gefangen bei der welt auch jetzt haben wir beide zeit und drücken an das rohlos rohlos war wie ich das ausbreche ist dann gut ich bin immer noch so durch also ich fast keinen spitz mann gegen hätte ich könnte das auf ihn enden und dann von der nächsten spür gespringen wegen der kredit wenn man wegen kreativität in der tue gesprengen müsste wäre ich schon längst sprung mehrmals ein eis ohne stil oder sie geht da oder eis mit stil oder leuchte sollte man ja also mein aktiver heißt eis ohne stil und mein fregometer ist ein stil kreativ kreativ ich könnte sie nun die nennen also als als monkey und pg ok ist richtig gut was passiert ist einfach der coolste gewalt ich bin echt gespannt was er noch hat nur ein kreis ich bin bei der menschen ich habe einen geilen u-turn-core das finde ich cool mit entwerfen ich wusste mich jetzt ich habe gar nicht nachgeschaut dass man sie kommen toll zum grund kratzt mega stark steuer was ist was ist was ich bin ich bin richtig in der scheiße hast du kannst drei tränke über das wäre noch sehr schnell okay kannst du dann ich bin weg ich bin weg ich bin richtig was ich habe jetzt ein trank das morgon kann v-generator ich wollte nicht dass es so weit kommt es tut mir so leid ich bin wirklich jetzt halt ich schaffe glaube ich ohne oder ich glaube ich verliere ein pokémon nein 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 so also ich werde jetzt mal drei tränke weg energieball ja klar das denke ich nicht scheiße ich habe da brain verloren ich habe mal selber verloren weißt du mir nun endlich leid oh man alter geil man und ich muss reichen ich speichern man sich als halber weil ich habe schon viel angst gehabt was ich meine ich habe es vorbei warte mal ist es jetzt schade partner los oder ist jetzt torgo der partner für schämen ich habe es sinnvoll ist wenn es wenn es jetzt der neue partner ist weiß ja leisten ja beide partner los okay gut aber nichts kann man sich ersetzen ich habe mit ihr verloren hallo ich bin auch traurig ich werde mir extra was für die bearbeitung überlegen so oh man oh man was ist tut mir so leid hinbei oh man ich habe immer noch nicht ich habe mir noch nicht nachgeschaut was mein okay adam adam und james sind zusammen das musst du sagen oh warte mach es adam überhaupt wenn ich auch jetzt nicht bleibst du da aufgepasst nice ich habe ein freches manky ich werde es den ganzen satt rumheulen das war ich gerade gut zum aufhören weil ich müsste mongo trainieren und du hast ja noch ein pokémon das ja stimmt auch neu dazu kommen ja okay dann meine fresse okay dann am leute rest in peace marcel rest in peace es tut mir so leid senpai es tut mir so leid ich konnte einfach nichts tun das ist alles mal so hier ist es eigentlich gestorben ich habe das nicht viel bekommen ein hyper beam print ein hyper beam print von lil'con oh mein Gott ich habe gerade die ähnliche Tränen in den Augen ohne Scheiß hast du übrigens zum drei tränken weg gewonnen ja hab ich danke sehr sonst hätte ich beide puppen verloren gegen das v generator ladungs stoß smugern warum hab ich nicht smugern gedacht das wäre so op es tut mir so leid. Senpai, bitte vergib mir. Oh Senpai. Ich glaube, das ist echt ein guter Part. Das war ein sehr emotionaler Part. Bis dann, Leute. Bis dann, ja. Bis dann, ja. Ja, ich werde Mungo etwas trainieren. Okay, viel Spaß. Und? Ja, viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao.